... ... ... ... ... Viele dieser Ferrari haben einstellige Zahlen im Namen ... 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 Ganz einfach, bei Ferrari bezeichnet diese Ziffer den Inhalt eines Zylinders. Ein Zylinder, 308 Kubik, der natürlich auch mit dem gesamten Raum der Autos haben.